Hallo liebe Journalistinnen und Journalisten, herzlich willkommen hier zu unserem Pressbriefing des Science Media Center zu dem heutigen Thema Desinformation vor der US-Wahl 2024. Ich bin Bastian Zimmermann, ich bin Redaktionsleiter und Redakteur hier im Science Media Center und freue mich mit mir heute noch Frau Humbrecht, Herrn Knüpfer und Herrn Buchheim mit mir zu haben. Erstmal herzlich willkommen an Sie, schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie gleich noch im Detail vor. Wie Sie ja alle wissen, steht uns jetzt am 5. November die US-Präsidentschaftswahl bevor und aktuelle Vorhersagen zumindest scheinen auf ein knappes Ergebnis hinzudeuten. Es gibt, wie bei den Wahlen zuletzt auch, die Befürchtung, dass Desinformation die Wahl beeinflussen könnte. Und diese Befürchtungen werden natürlich auch verstärkt durch die KI-Fortschritte in den letzten Jahren. Deepfakes oder KI-generierte Bilder bieten offensichtliche Möglichkeiten, zumindest für die Wahlmanipulation. Was dann aber in der Praxis die Wirkung ist, ist oft schwierig zu beziffern. Dann gibt es eben noch die Frage der sozialen Medien im Kontext der Wahl. Wie gehen die jetzt mit den Desinformationen um? Und auch die juristische Frage, wie ist Desinformation überhaupt reguliert? Was ist da legal? Was sind rechtlich legitime Meinungsäußerungen? Das sind einige der Fragen, mit denen wir uns heute befassen wollen. Also wir möchten eben besprechen, was lässt sich aus Forschungsperspektive zum Einfluss von Desinformationen auf Wahlen sagen? Worauf ist bei dieser Wahl besonders zu achten? Und wie sieht es bei diesem Thema rechtlich aus? Noch schnell der Hinweis an Sie daraus. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die bitte über die Frage- und Antwortfunktion von Zoom. Also nicht den Chat, sondern die Fragefunktion. Dann haben wir das eben gebündelt, alles an einer Stelle. Ja, dann nochmal danke an Sie drei, dass Sie da sind. Ich stelle Sie kurz vor. Dann haben wir einmal Prof. Dr. Johannes Buchheim. Er ist Qualifikationsprofessor für Öffentliches Recht und das Recht der Digitalisierung an der Philips-Universität Marburg. Und er ist Jurist, der sich auch mit rechtlichen Fragen zur Desinformation und der Regulierung von Online-Plattformen befasst. Dann haben wir Prof. Dr. Edda Humprecht. Sie ist Professorin für Digitalisierung und Öffentlichkeit am Institut für Kommunikationswissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sie befasst sich aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive mit digitaler und politischer Kommunikation, gerade auf sozialen Medien. Dort hat sie auch besonderen Fokus auf Desinformation, die Resilienz dagegen und die Rolle von KI. Und dann haben wir Prof. Dr. Kurt Knüpfer. Er ist Associate Professor für politische Kommunikation am Digital Democracy Center an der Süddänischen Universität in Odense, Dänemark. Und er befasst sich auch mit politischer Kommunikation, mit besonderem Blick auf digitale Medien. Und forscht besonders zu extremen Rechten, der Rolle parteiischer Medien und da auch insbesondere zu den USA und den Mediensystemen dar. Genau, dann hatten wir ja einige kurze Eingangsfragen. Und wie besprochen fange ich mal mit Ihnen an, Herr Knüpfer. Wie ist denn eigentlich die aktuelle Situation in den USA kurz vor der Wahl? Und welche Unterschiede zu den USA müssen wir gerade mit Blick auf die verschiedenen Mediensysteme im Vergleich zu den hiesigen Medien beachten? Ja, also vielen Dank für die Einladung und dass ich darüber sprechen darf. Ich möchte da jetzt auch nicht zu langen Exkurs irgendwie halten, aber es ist wahnsinnig wichtig, dass wir tatsächlich es mit unterschiedlichen Mediensystemen zu tun haben und die USA ein bisschen Outlier sind, wenn wir das global betrachten. Vor allem das Merkmal der Deregulierung, was traditionell immer da ein Fall war. Also wir haben einen sehr, sehr schwachen, also quasi nicht existenten öffentlich-rechtlichen Sektor im Medienmarkt. Das heißt, wir haben es hier mit einem sehr liberalen Markt zu tun, der aber nochmal einen Liberalisierungsschub erlebt hat in den gerade 80er und 90er Jahren, wo sehr viel dereguliert wurde, was so den herkömmlichen Medienmarkt angeht. Und das heißt, hier ist sehr viel in privater Hand. Das erleben wir natürlich auch im digitalen Raum. Die großen Tech-Unternehmen in der Regel dann irgendwie dieses eine Gesicht, diesen einen Tech-Milliardär haben, den man dann mit der jeweiligen Plattform verbindet. Das heißt, hier sind einzelne wahnsinnig reiche Personen extrem wichtig, aber auch bestimmte Familien, die große Anteile im Medienmarkt haben. Und in Bezug auf die Wahl ist dabei hervorzuheben, dass hier auch ganze Tech-Sektoren und Einzelpersonen mittlerweile eben auch ideologische Interessen verfolgen mit diesen Medienunternehmen. Also so ein Vorläufer zu vielen der Formate, die wir jetzt eben sehen in Bezug auf diese Konvergenz von Ideologie und Marktinteresse, ist so ein bisschen Foxcom und eben dann auch der Kabelsender Fox News in den 90er Jahren, der sehr früh eben die Digitalisierung genutzt hat, um bestimmte Nischenprogramme zu füllen und das mit einer politischen Agenda auch zu verknüpfen. Und das erleben wir jetzt eben, also diesen Fox-Effekt erleben wir in anderen Sektoren eben auch. Und wir erleben sehr stark eben dann auch im digitalen Raum, dass sich jetzt die Westküste an der Ostküste einmischt. Also dass Silicon Valley schon seit Längerem da Ambitionen angemeldet hat. Wir haben in den letzten Jahren natürlich erlebt, dass dann Tech-Milliardäre Plattformen aufgekauft haben oder auch eben so renommierte Zeitungen wie die Washington Post. Ja, und zuletzt sich eigentlich, also in den vergangenen Wahlkämpfen immer rausgehalten haben, immer das Argument gehabt haben, man ist unparteiisch, man ist nur eine Plattform oder man lässt die Redaktion machen, wie man will. Und das hat sich jetzt aufgelöst in diesem Wahlkampf. Also Elon Musk ist hier ein Stichwort, aber eben auch jetzt die Ansage von Jeff Bezos, dass die, also dem Gründer von Amazon, der jetzt der Washington Post untersagt hat, sich für Kamala Harris auszusprechen. Ja, vielen Dank erstmal für den ersten Einblick. Ich denke, wir machen erstmal mit den Eingangsstatements weiter und dann können wir noch etwas genauer auch auf einige der angeschnittenen Themen eingehen. Dann kommen wir zu Frau Humbrecht und der Frage, was ist denn der aktuelle Stand der Forschung zum Einfluss von Desinformationen auf Wahlen und wie sieht es speziell in den USA aus? Ist das Land besonders anfällig für Desinformationen? Also wir wissen mittlerweile von Desinformationen, dass es weniger darum geht, dass Menschen getäuscht werden durch einzelne Geschichten, sondern die Problematik eher darin besteht, dass es zu Verunsicherungen führt und Vertrauensverlust in die Demokratie, insbesondere vor Wahlen. Wir haben das erlebt nach den letzten Wahlen und der Aussage, die Wahl sei geklaut worden, was dann in den Sturm auf das Kapitol gegipfelt hat. Das ist die größere Problematik und darauf zielen auch Produzentinnen und Produzenten von Desinformationen ab. Also es geht darum, die zu einer Verunsicherung beizutragen und das Vertrauen in solche Prozesse, demokratischen Prozesse zu unterwandern. Wenn man jetzt sich anschaut, welche Accounts oder Produzenten Desinformationen verbreiten, dann gibt es natürlich einzelne Nutzerinnen und Nutzer in sozialen Netzwerken, die das tun. Es gibt auch Alternativmedien oder bestimmte Channels in Messenger-Diensten mit Telegram, wo man das finden kann. Aber da zeigt jetzt eigentlich die Forschung zu der aktuellen Wahl in den USA, dass das jetzt keine sehr große Rolle spielt, zumindest wenn man sich Befragungsdaten dazu anschaut. Da gibt es schon eine gewisse Sensibilisierung. Was wir aber auch aus früherer Forschung wissen, ist, dass Desinformation häufig von politischen Akteuren, Akteurinnen verbreitet wird und dann eine sehr große Reichweite bekommt. Dann sehen und hören das viele Menschen, Medien berichten darüber und dann erst erfahren viele Menschen von solchen Themen. Ein Beispiel dafür ist, jetzt nicht aus dem Wahlkontext, aber während der Pandemie hat Donald Trump gesagt in einer Pressekonferenz, das Trinken von Desinfektionsmitteln sei möglicherweise oder würde möglicherweise gegen den Virus helfen. Und daraufhin hat man sehr viele Vergiftungsunfälle registriert in den USA, aber auch weltweit. Desinformation spielt aber im Wahlkampf schon eine Rolle, auch wenn es jetzt nicht darum geht, dass einzelne Geschichten jetzt dazu führen, dass die ganze Wahl umgedreht wird oder dass die Menschen das unbedingt glauben. Aber es geht sehr stark darum, ob Voreinstellungen bestätigt werden und die sind in polarisierten Gesellschaften wie der USA sehr stark ausgeprägt. Also jedes Thema sozusagen hat eine demokratische und eine republikanische Seite und das wird eingesetzt im Wahlkampf. Also die Akteure, insbesondere Donald Trump, streuen das bewusst. Es gibt immer wieder Aussagen, wie beispielsweise im Zusammenhang mit den Hurricanes, dass die beiden Administrationen zum Beispiel republikanische Staaten vernachlässigen würden und dergleichen. Das sind solche Aussagen, die dann in dieses Narrativ sozusagen reinspielen und bestimmte vorhandene Einstellungen dann verstärken können. Das heißt, Desinformation ist nicht insofern ein Game Changer, dass jetzt eine gefälschte Geschichte kommt und alle Unentschlossenen für einen Kandidaten oder eine Kandidatin stimmen, aber es verstärkt bestimmte Gräben und das vor allen Dingen auch im Kontext von Negative Campaigning. Das ist vielleicht ein Thema, auf das wir später in der Fragerunde nochmal stärker eingehen können. Aber Negative Campaigning ist in den USA schon lange ausgeprägt. Da gibt es auch relativ viel Forschung dazu. Und Desinformation ist sozusagen ein Instrument, das angewendet wird für diese Art der Wahlkampfführung. Dankeschön. Also, dass quasi Desinformation jetzt weniger die Meinung von Leuten komplett umformt, als dass es jetzt eher zur Bestätigung bisheriger Meinungen beiträgt und eben für Unsicherheit noch sorgen kann. Gut, Dankeschön. Dann, Herr Buchheim, an Sie die Frage. Wie ist es denn bei Desinformation jetzt eigentlich rechtlich geregelt? Was ist strafbar und welche Aussagen sind da geschützt? Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für die Einladung. Das klingt jetzt erstmal nach einer relativ geradlinig zu beantwortenden Frage. Die Erwartung hat man ja oft auch gegenüber dem Recht, dass es einem dann eindeutige Antworten gibt. Es ist aber eine vielschichtige Frage, die ich auch in der gegebenen Zeit nur ganz ungefähr beantworten kann. Und wenn überhaupt, dann nur auf den deutschen Kontext, den EU-Kontext bezogen. Und meine Expertise im amerikanischen Recht ist also sehr begrenzt. Ich möchte jetzt Aussagen zum konkreten rechtlichen Erlaubtsein einzelner Äußerungen kann ich nicht treffen. Aber ich kann vielleicht etwas Orientierungswissen zum US-amerikanischen Rechtssystem und zur Desinformationsproblematik in freiheitlich-demokratischen Rechtssystemen allgemein geben. Ich möchte beginnen, und das ist eine wichtige Unterscheidung, die auch in Ihrer Frage so ein bisschen miteinander verblendet wird. Die Unterscheidung zwischen grundrechtlichem Schutz einerseits und der Frage der Strafbarkeit von Äußerungen andererseits. Das ist nicht dasselbe. Also zum Beispiel kann man eine andere Person beleidigen. Das ist grundsätzlich eine Wahrnehmung grundrechtlicher Meinungsfreiheit, ist aber trotzdem strafbar. Die strafrechtliche Sanktionierung von Beleidigungen ist dann ein sogenannter Eingriff in die Meinungsfreiheit, der aber verfassungsrechtlich durch die Eierschutzinteressen der betroffenen Personen gerechtfertigt werden kann. Und dieselbe rechtliche Unterscheidung haben wir eben auch in Bezug auf Desinformation, auch in den USA. Die erste Frage lautet, ob desinformierende Äußerungen im Ausgangspunkt grundrechtlichen Schutz genießen. Die zweite Frage, ob es Strafen, Normen oder sonstige Normen gibt, die solche Äußerungen verbieten oder negative rechtliche Folgen daran knüpfen. In der deutschen Rechtsordnung geht man davon aus, dass die Äußerung tatsächlicher Unwahrheiten in Kenntnis ihrer Unwahrheit keinen grundrechtlichen Schutz durch die Meinungsfreiheit genießt. Das Bundesverfassungsgericht begründet das damit, dass solche Äußerungen zur Meinungsbildung in qualitativer Hinsicht nichts beitragen könnten. Diese Begründung wird vielfach kritisiert, weil normalerweise grundrechtlicher Schutz nicht davon abhängt, ob man eine grundrechtliche Freiheit in verantwortungsvoller Weise wahrnimmt. Überzeugender ist, dass die wissentliche Unwahrheit nicht wirklich die Meinung der Person ist, die sie äußert. Das kann man also vielleicht auch so begründen. Der US Supreme Court hat eine entsprechende Ausnahme vom grundrechtlichen Schutz wissentlich unwahrer Tatsachenbehauptungen in seiner Entscheidung US v. Alvarez aber ausdrücklich verworfen. Im deutschen Recht gibt es also keine durch die Meinungsfreiheit geschütztes Recht, wissentlich Lügen zu verbreiten. Das beantwortet aber noch nicht die Frage nach der rechtlichen Erlaubtheit. Erlaubt ist in einer freiheitlichen Ordnung, was nicht verboten ist. Solange es also keine Regelungen gibt, die die Verbreitung von Desinformationen etwa bei Androhung von Strafe verbieten, ist sie also erlaubt. Sie hat allerdings keinen besonderen grundrechtlichen Schutz. Es ist aber nicht leicht, und das ist ein zweites Problem in rechtlicher Hinsicht, das Bewusstsein der Unwahrheit, bestimmte Äußerungen festzustellen oder zu beweisen. Das gilt dann besonders in der Online-Kommunikation, in der ja dann sehr viel weitergeleitet wird, verbreitet, sehr schnelle Verbreitungszyklen herrschen. Und da verflüchtigt sich der Täuschungsvorsatz dann sehr schnell. Die erste Person in einer Verbreitungskette mag vorsätzlich desinformiert haben. Weiter hinten in der Kette hat man aber vielleicht irrtümlich das für wahrgehalten oder sich über die Wahrheit gar keine Gedanken gemacht. Das Problem mit Desinformation infolge der Digitalisierung ist daher weniger, dass Leute bewusst lügen, sondern dass desinformierende Inhalte sich schneller, ob vorsätzlich oder nicht, verbreiten. Es hilft also nicht so viel zu sagen, dass eine bewusste Lüge, eine bewusste Unwahrheit nicht grundrechtlich geschützt ist. Und dazu kommt, dass nur ein kleiner Ausschnitt desinformierender Äußerungen rechtlich verboten ist, geschweige denn strafweils. In der Regel braucht es eine konkrete Person oder Handlung, die durch eine unwahre Äußerung negativ beeinträchtigt ist, etwa im Fall der Verleumdung einer Person oder im Fall eines Betruges oder einer Volksverhetzung, die durch unwahre Äußerungen begangen wird. Das Recht tut sich daher sowohl hier als auch jenseits des Atlantiks schwer, kollektivrelevanter Desinformation rechtlich aufzuarbeiten. Wo niemand Konkretes betroffen ist, schweigt das Recht oftmals zur Desinformation. Sobald konkrete Personen dann mal betroffen sind, etwa bei den Wahlfälschungsbehauptungen im Anschluss an die letzte US-Wahl, als dann ein konkreter Anbieter von Wahlcomputersystemen betroffen war finanziell, dann kann das Recht relativ verlässlich darauf antworten, etwa mit sehr hohen Schadensersatzungen. Aber wenn man allgemein bleibt und nur vage Zweifel sät, etwa hinsichtlich der Integrität einer Wahl und angeblicher Wahlfälschung durch die Liberalen oder so etwas, dann bekommt man das rechtlich sehr schwer in den Griff. Und auf diese Probleme versuchen jüngere Digitalregulierungsakte in der Europäischen Union zu reagieren, etwa das NetzDG, der DSA, darüber werden wir vielleicht später noch sprechen. Und entsprechende Regulierungen gibt es aber in den USA nicht, die dieses kollektiv relevante Desinformationsrisiko aufgreifen, weshalb wir dort eben wesentlich größere Probleme haben und weil solche Regulierungen eben typischerweise an der sehr scharfen Verständnis der Meinungsfreiheit in den USA dann scheitern wird. Danke. Ja, vielen Dank erstmal. Also es ist nicht ganz klar oder ganz eindeutig, wie man das immer in jedem Fall zu regulieren hat. Ich glaube, das können wir da auf jeden Fall rausnehmen und wir haben da gleich auch noch ein paar Nachfragen zu. Aber wir haben schon die ersten Fragen und die erste würde ich an Sie stellen, Frau Humbrecht. Ansonsten gerne Ergänzung, falls jemand anderem was aufgefallen ist. Und zwar, ob es bei diesem Wahlkampf auffällig mehr Targeting von Desinformation gab. Also dass es gezielt sich Desinformation oder Facebook-Werbung oder was auch immer gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen richten. Und gibt es da, welche Entwicklung gab es da im Vergleich zu 2020, in dem das ja viel betont wurde, dass das ein Faktor gewesen sein könnte? Also abschließend, wenn wir das erst beurteilen können nach der Wahl, wenn sozusagen die Daten dazu ausgewertet werden. Aber auf der einen Seite ist Targeted Advertising, ja, spielt eine große Rolle. Das machen alle politischen Parteien. Also gezielgerichtete Werbung ausspielen. Und da sind wir dann wieder beim Stichwort Negative Campaigning. Also Clips, die dann den politischen Gegner verleumden und möglicherweise auch Unwahrheiten beinhalten. Die werden zielgerichtet ausgespielt. Und die gibt es in diesem Wahlkampf auch wieder. Welche Botschaften da dann genau ausgespielt werden, das wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir da den Überblick haben. Dass das von anderen Akteuren kommt, wie gesagt, dazu gibt es momentan keine Hinweise, zumindest nicht, dass das von einer großen Anzahl von Personen gesehen wurde. Versuche in diese Richtung gibt es häufig, auch möglicherweise von ausländischen Kräften. Aber bisher haben wir keine Hinweise dazu, dass es tatsächlich eine relevante Rolle gespielt hat in dem Wahlkampf bisher. Und kann man da irgendwie nachvollziehen, dass gewisse Gruppen besonders häufig angesprochen wurden oder besonders häufig die Narrative verwendet wurden? Oder kann man vielleicht auch sehen, aus welcher Richtung diese Desinformationen dann bisher schon kamen? Also wie gesagt, die Desinformationen, die sozusagen die größte Reichweite bekommt, also die meiste Sichtbarkeit, die die meisten Nutzerinteraktionen produziert, sind die, die direkt von politischen Akteuren kommen. Also Teil sozusagen der Kampagnen sind. Und die Parteien adressieren natürlich die Wählergruppen, die für sie ausschlaggebend sein können in den bestimmten Staaten. Und das sind, das ist auch in dieser Wahl nichts Neues sozusagen. Das sind häufig Frauen, das sind bestimmte Minoritäten, die dann in den jeweiligen Staaten sozusagen das Zulein an der Waage sein können, um den Staaten zu gewinnen. Also es gab zum Beispiel, wir werden später vielleicht noch auf das Thema KI kommen, ein generiertes Bild von Donald Trump mit afroamerikanischen Frauen, woher die ihn so umahnten. Man sieht dann beim genauen Hinsehen, dass das generiert ist. Aber solche Bilder werden ausgespielt, eben genau an diese Zielgruppe, um zu signalisieren, Donald Trump ist bei dieser Zielgruppe beliebt. Aber wie gesagt, es gibt jetzt keine Hinweise darauf, dass das von einer sehr, sehr großen Gruppe von Menschen tatsächlich gesehen wurde. Ja, Herr Knüpfer, haben Sie die Frage erstmal, ob Sie da noch was zu ergänzen können. Und dann die zweite Frage spielt nämlich in die gleiche Richtung. Deswegen können wir das kombinieren. Nämlich die Frage, ob Firmen oder Player wie damals Cambridge Analytica heutzutage noch eine Rolle spielen. Ja, gute Fragen. Also was man, glaube ich, ein bisschen verstehen muss, auch am amerikanischen, ich ziehe mal meinen Politikwissenschaftler-Hut auf, am amerikanischen System ist natürlich, dass da vor allem im Präsidentschaftswahlkampf, aber auch auf Staatenebene, sehr viel eben über bestimmte Distrikte funktioniert. Also man muss sehr lokal, sehr präsent sein. Und dieses Microtargeting, was man sich überlegt, dass man sehr punktuell einzelne Personen im Prinzip zu etwas bewegen will, ist da gar nicht so relevant in diesen größeren Operationen. Das heißt, da geht es eher oft auch nicht darum, dass man irgendjemanden überzeugt mit einer bestimmten Information, sondern wenn überhaupt, geht es um Mobilisierung. Also dass man die Leute dann sozusagen am Wahltag wirklich an die Urne bekommt. Oder im Fall der Demokraten, die das jetzt sehr stark versuchen, im Gegensatz zu den Republikanern und auch schon im letzten Wahlkampf versucht haben, Leute dazu zu bewegen, früh zu wählen, über die Briefwahlen etc., wo man gleichzeitig dann auf der anderen Seite erlebt, dass das Vertrauen in eben diese Abläufe unterminiert wird. Also, dass man sozusagen da eher so ein Targeting erlebt, gerade in den Swing States, wo es wirklich darauf ankommt, dass die unterschiedlichen Seiten versuchen, entweder die Informationen rauszubringen, ihr müsst jetzt das und das tun, um zu wählen. Und die andere Seite im Prinzip versucht, diese Prozesse zu unterminieren. Aber gar nicht so sehr sozusagen der Inhalt einer bestimmten Nachricht das ist, der dann irgendwie ideologisch jemanden überzeugen würde. Das zum einen. Zum anderen, ja, Firmen wie Cambridge Analytica, das muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen aufarbeiten, was wir meinen, wenn wir Cambridge Analytica sagen. Also, da ist ja dann damals, 2016 ist dieser Nimbus entstanden, dass hier auf einmal irgendwie so ganz neuartige, irgendwie Psychotricks angewandt wurden von so einer seltsamen Firma, die sonst keiner kannte, wo natürlich ein bisschen was Wahres dran war. Aber es gibt zuhauf diese Firmen. Also, das ist ganz normale Politikberatung teilweise, dass man, die übernommen wurde auch und auch ganz aktiv verkauft wird von den politischen Plattformen. Wenn Sie sich anmelden als, wie auch immer, als Marktakteur oder auch politischer Akteur bei X oder bei Instagram, bei Meta und dann das Partnerprogramm einsteigen, auch bei Alphabet und Google, dann erfolgt die Beratung durch diese Tech-Giganten oder eben auch outgesourcete Firmen, genau über diese Mechanismen, wie können wir hier möglichst viel über bestimmte Personengruppen rausfinden, um dann gezielt die anzusprechen. Und eine Riesenbranche im US-Wahlkampf ist nicht mal so sehr dieses Microtargeting, sondern eher das Kooperieren mit den Tech-Plattformen für so ein, das ist eigentlich schon 2008, dann im Prinzip von Obama genutzt worden, von der Obama-Kampagne, eher das Live-Testen von bestimmten Nachrichten, das heißt A-B-Testing, wo man im Prinzip guckt, wenn wir den Meme jetzt so und so aufbauen oder hier Trump in den Fokus setzen und hier nicht, was erzielt dann mehr Engagement? Und sowas passiert im großen Stil, also dass sozusagen hinter den Kulissen beraten wird darüber, was in Real-Time eher mehr zieht. Und auch da, da erleben wir ein bisschen eine Asymmetrie zwischen den zwei Kampagnen tatsächlich, dass in der Regel bei den Demokraten, also das sage ich jetzt anekdotisch, aber im Moment es eher darauf ankommt, wirklich Leute irgendwie zu versuchen zu begeistern, zu mobilisieren. Und auf der anderen Seite eher geguckt wird, was so verfängt, was eh schon zirkuliert, auch ob es war es oder nicht, ist egal. Das dann aufgreifen und weiter amplifizieren. Hauptsache man bleibt so im Gespräch im Prinzip. Also das trifft ja auf unterschiedliche Anwendungen. Ja, ich glaube gerade mit den unterschiedlichen Beispielen, die Sie jetzt gegeben haben, was alles so versucht wird, was es alles für Strategien gibt, wird nochmal klarer, warum auch die Regulierung sehr schwierig ist, da das ja immer sehr unterschiedliche Sachen sind. Dazu, zu der Regulierung, aber nochmal eine Nachfrage an Sie, Herr Buchheim, nämlich zum Digital Services Act. Der ist ja jetzt mehr oder weniger neu. Da jetzt gerade hier auch in Deutschland das mit den Digital Services Coordinators losgeht, gibt es ja auch ab und zu eine Debatte, dass der Digital Services Act als Zensur bezeichnet wird. Was ist denn dadurch jetzt? Was ändert sich denn dadurch jetzt? Was macht er möglich? Und was reguliert er eigentlich und was reguliert er nicht? Denn wie Sie ja schon sagten, ist Desinformation als solche ja erstmal kein strafrechtlich definierter Begriff, oder? Ja, vielen Dank, dass Sie darauf nochmal zu sprechen kommen, weil das natürlich für den europäischen Kontext die entscheidende Regulierung ist aus der jüngeren Zeit. Die versucht, auf verschiedene der geschilderten Probleme zu reagieren. Also der DSA ist schon zu einem guten Teil auch, baut es auf, auf dem Vorgänger, dem deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das eben erstmal versucht hat, die Plattformen stärker in die Pflicht zu nehmen für die Gestaltung der Online-Kommunikation. Also man sagt da nicht den einzelnen Nutzenden, sie sollen das und jenes machen oder das und da jenes ist verboten, sondern man reguliert übers Eck, indem man die Plattform eben stärker in die Pflicht nimmt. Und was man da im NetzDG gemacht hat und was jetzt auch im DSA ist, sind verschiedene Berichtspflichten der Plattformen über bestimmte Dinge, die sie beobachten, über deren Geschäftstätigkeit, weil man einfach sehr lange gar nicht wusste, wie das läuft und welche Art von Information da vorhanden ist und wie irgendwelche Kuratierungsentscheidungen, Moderationsentscheidungen getroffen werden. Und das versucht man jetzt durch den DSA und schon vorher durch das NetzDG so ein bisschen an die Oberfläche zu bringen, um es diskutierbar zu machen. Also Berichtspflichten, Transparenzpflichten sind ein Pfeiler. Der zweite Pfeiler ist, man muss ein verpflichtendes Beschwerdesystem schaffen als Netzwerkanbieter. Das heißt, man muss die Möglichkeit schaffen, für NutzerInnen für problematisch erachtete Inhalte zu melden. Und das sind dann, also man kann rechtswidrige Inhalte melden. Was genau dann rechtswidrig ist, ist nicht ganz leicht in der EU, weil wir ganz verschiedene Rechtsordnungen haben und es jedenfalls nicht nur strafbare Inhalte, sondern alles, was rechtswidrig ist. Aber sehr viele desinformierende Inhalte sind eben nicht einmal einfach rechtswidrig, also nicht mal zivilrechtlich oder sonst wie verboten. Das heißt, ob das dann da überhaupt greift, ist nicht so ganz klar. Aber man kann ja erst mal alles melden, was man für problematisch hält. Und dann braucht es irgendeine Antwort der Plattform. Das ist sozusagen der zweite Pfeiler. Und der dritte Pfeiler sind die Pflichten, die dann vor allem die sogenannten sehr großen Online-Plattformen betreffen. Die müssen bestimmte systemische Risiken im Blick behalten, müssen darüber auch nochmal spezifisch Bericht erstatten und ein Audit-Verfahren durchführen und müssen dann geeignete Einhegungsmaßnahmen vorschlagen. Wenn sie also ein bestimmtes Risiko identifizieren, zum Beispiel, was weiß ich, Instagram, wir haben festgestellt, dass da irgendwie junge Mädchen, dass das irgendwie Anorexie fördert, wenn da in bestimmten Formen von Bildbearbeitung irgendwie verwendet werden. Und dann müsste man eine Antwort als Plattform formulieren, sagen, wir wollen jetzt auf dieses Risiko so und so reagieren. Und eines der systemischen Risiken ist Desinformation. Das heißt, das muss man also auch im Blick behalten und muss dann selber, wenn man sagt, wir haben hier ein Problem oder ein partielles Problem im Kontext dieser Wahl, da haben wir folgende Risiken gesehen und wir reagieren darauf so und so. Zum Beispiel, wir steuern dann bestimmte Inhalte bestimmter Teilnehmenden herunter oder machen irgendwelche Mindestwartezeiten vor einer Weiterverbreitung oder was auch immer, was man als systemische Risiken feststellt oder als Gegenmaßnahmen. Und dann muss man so eine Art Maßnahmepaket vorschlagen und das dann auch umsetzen. Und dieses Maßnahmepaket, was man dann, also man spielt den Ball sozusagen zurück an die Plattformen, die müssen erst mal sagen, wir sehen folgende Risiken und wir wollen darauf so reagieren. Und das kann aber dann der Regulator, also in dem Fall bei den großen Online-Plattformen, die Europäische Union, verbindlich setzen. Das heißt, man hat so eine Kombination aus privater Selbstregulierung der Plattformen, die also erst mal eine Antwort entwickeln müssen. Die haben natürlich auch das beste Wissen darüber, wie die Kommunikation über ihre Plattformen funktioniert. Und dann hat man die Möglichkeit, das als rechtsverbindlich zu setzen. Und das ist also schon ein relativ komplexes Regulierungssystem, was jetzt in dem DSA versucht wird. Desinformation ist aber, anders als rechtswidrige Inhalte, die also durch eine der europäischen Rechtsordnungen als rechtswidrig markiert sind, eher nur am, also sozusagen nur partiell über diese systemischen Risiken in den Griff bekommen. Das heißt, wie jetzt der DSA wirklich sich auf Desinformation und deren Regulierung auswirken wird, das ist noch etwas unklar. Aber es ist jedenfalls ein Schritt in die Richtung und diese Entwicklung können wir weltweit sehen, die Plattformen dann eben stärker in die Pflicht zu nehmen und zu versuchen, Netzkommunikation auf diesem Weg wieder besser sozusagen ins Lot zu bringen. Da wird es sicher auch nochmal interessant sein, in einigen Monaten oder Jahren mal zu schauen, ob man dann irgendwann sagen kann, gut, was hat es jetzt wirklich gebracht? Und das ist jetzt dann wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Genau. Wir haben hier eine Frage, Herr Knüpfer, die stelle ich mal an Sie, zum Elefant im Raum sozusagen, nämlich der Frage, welche Rolle spielt Russland bei Desinformationen im Rahmen der US-Wahl und was erwarten Sie von russischer Seite rund um den 5. November? Ja, genau. Also da muss man auch vorsichtig sein, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht irgendwie schon der Forschung vorweg irgendwas nehmen und da wird wahrscheinlich auch sehr drauf geguckt. Ich würde da ein bisschen zwei Sachen sagen, die jetzt mittlerweile klarer sind, glaube ich, in Bezug auf Russland, als das 2016, als uns das vielleicht ein bisschen überrascht hat und dann vielleicht möglicherweise der Einfluss auch überschätzt wurde in der Folge. Und zwar haben wir es, glaube ich, relativ klar mit einem geopolitischen Interesse von Russland gegenüber den USA zu tun und da ist relativ klar, wie das dann parteipolitisch geprägt ist. Also wir haben es hier natürlich, glaube ich, mit einem geopolitischen Interesse zu tun, das auf den Regierungswechsel hofft und dass die Mittel gekürzt werden, wie angekündigt wurde von den Republikanern und auch schon mehrfach abgestimmt wurde von republikanischer Seite. Aber, genau, und das ist das Wichtige, Desinformation ist, ja, selten halt ein Interesse. Viel wichtiger ist, warum etwas verfängt und zirkuliert. Und wir haben es hier bei russischer Desinformation oft zu tun mit so einem Vortex aus unterschiedlichen Kausalfaktoren, warum die Sachen verfangen. Und da haben wir es zum einen natürlich mit dieser geopolitischen Komponente zu tun, zum anderen mit Ideologie tatsächlich, die aber auch hausintern ist in den USA. Also hier die zwei Parteien, die sozusagen dann darum kämpfen, wie die Haushalte verteilt werden. Und dann vielleicht noch als weiterer Faktor eben auch mit einem Mediensystem, was bestimmte Incentive-Strukturen schafft, um eine Außenseiterposition einzunehmen und bestimmte Formen von Außenseiterhaltung eben dann auch belohnt, dadurch, dass man halt darüber dann eben sein Nischenprodukt auf diesen alternativen Plattformen anbieten kann. Und da verbreitet sich dann eben natürlich so ein bestimmtes Narrativ, wurde ja eben auch schon angesprochen. Und da kommen dann, da koalieren dann Akteure und verbreiten diese Sachen, die normalerweise jetzt nicht irgendwie russische Agenten oder auch nicht sich unbedingt bewusst sind, was sie da tun, aber die natürlich dann so aus geopolitischer Sicht Amplifikatoren sind mögliche. Und da haben wir es stark zu tun mit diesem Verschwörungstheoretischen Sektor. Wir haben eine riesen Echo-Kammer im rechten Spektrum, was diese Netzwerke angeht, wo dieses America First halt sehr schnell umgedeutet werden kann zu Streich die Mittel für Ukraine. Ja, dazu würde mich auch nochmal die Meinung von Ihnen interessieren, Frau Rundrecht. Also sieht man da besonders Russland-spezifisches und dann auch noch die Frage, wenn die Forschung zur Desinformation eigentlich zeigt, dass sie Wahlen nur in geringem Maße beeinflussen, kann man dann spekulieren, warum das denn jetzt zumindest den Anschein macht, als würden viele Staaten da relativ viel Aufwand reinstecken. Zunächst mal muss man sagen, dass Werbewirkungen generell überschätzt werden. Also das gilt jetzt nicht nur für Desinformation, sondern alle anderen Inhalte, die wir online sehen. Und das ist ein Phänomen, das schon sehr lange existiert, eigentlich seit der Propaganda im Zweiten Weltkrieg und immer wieder auch so diskutiert wird, auch während der Pandemie beispielsweise. Also es entsteht immer der Eindruck, dass die Inhalte, die wir rezipieren, einen sehr großen Effekt auf uns haben. Tatsächlich spielen aber sehr viele andere Faktoren auch noch eine Rolle, also unser soziales Umfeld beispielsweise. Herr Knupfer hat es gerade schon gesagt, es geht um Ideologie. Es geht um Voreinstellungen, die verstärkt werden. Und Russland hat eine Strategie, in vielen Ländern mit der Desinformation dort eben für Verunsicherungen zu sorgen und eben das Vertrauen auch nicht nur in Demokratie, sondern eben in bestimmte Akteure zu untermauern. Die USA ist so polarisiert, dass sie da eigentlich gar nicht mehr so viel machen müssen. Und was sie machen können, ist das noch zu verstärken, also das noch weiter zu verbreiten mithilfe von Bots, von Trollen und so weiter. Die Informationen, die Narrative, die sowieso schon vorhanden sind, vielleicht noch stärker zu streuen. Aber da ist schon sozusagen so viel Unruhe in dem System drin, dass sie da ein relativ leichtes Spiel haben. Also es wird sicher Desinformation geben und das spielt auch eine Rolle. Man sollte es nicht unterschätzen, weil es eben diesen Effekt hat, eine generelle Verunsicherung herbeizuführen und eben auch ein gewisses Gefühl bei den Bürgerinnen und Bürgern, was kann ich denn eigentlich noch glauben? Oder kann ich überhaupt noch irgendwas glauben? Denn alle Parteien nutzen diese Instrumente, sozusagen kämpfen mit ähnlichen Strategien. Es kursieren viele Inhalte, die eben sehr parteiisch sind in den sozialen Medien beispielsweise. Und das wirkt jetzt durch so ein bisschen relativ und das kann den Effekt haben, dass sich mehr Menschen zum Beispiel abwenden überhaupt von Nachrichten. Das ist so eine Tendenz, die wir in vielen Ländern beobachten, dass Menschen aktiv Nachrichten vermeiden und das kann sozusagen eine Wirkung haben und natürlich dann auch Implikationen für die Meinungsbildung im Vorfeld von Wahlen und für die Entscheidungen. Aber so in einem größeren Kontext sozusagen muss man diese russische Desinformation einordnen. Ja, Herr Buchheim hat auch noch eine Ergänzung und dann Sie, Herr Knüpfer. Ja, vielleicht, weil das so schön anschaulich gemacht hat, dass die Risiken, die mit Desinformation verbunden sind und mit denen diese Strategien spielen, eben Schadens- oder Probleme schaffen, die sehr weit entfernt liegen. Und das ist natürlich der zentrale Grund, warum sich das Recht so schwer tut, darauf zu antworten. Es ist viel leichter einen konkreten Betrug. Jemand sagt, ich will zahlen, aber will gar nicht zahlen. Und dann hat man den Gastwirt getäuscht, der einem dann irgendwie was serviert. Das ist sozusagen rechtlich viel leichter aufzuarbeiten als konkrete Täuschung, die einen Schaden verursacht. Das ist halt ein Betrug als solche entfernten Probleme wie eine allgemeine Verunsicherung hinsichtlich der eigenen politischen Institutionen. Und das eben rechtlich zu fassen zu bekommen, passt eben sehr schlecht zu der rechtlichen DNA, wie Recht eben funktioniert. Man braucht meistens ein konkretes Schadensereignis. Und deswegen haben wir so eine gewisse Sprachlosigkeit des Rechts mit der Desinformationsproblematik. Ja, Herr Knüpfer noch? Ja, nee, auch nur da nochmal zu, also dass man nicht vorweggreifen will etc., aber dass wir es natürlich mit strukturellen Faktoren zu tun haben, die es Russland teilweise sehr leicht machen in den USA. Da würde ich noch ergänzen, nicht nur die Polarisierung, sondern eben auch das sehr, sehr liberale Geschäftsklima. Und wir haben es jetzt einfach erlebt, das weiß man jetzt schon, da laufen die Verfahren noch gegen, aber dass ein Unternehmen aktiv damit involviert war, rechte, konservative Internet-Influencer, die so auf YouTube-Kanäle haben. Ich weiß nicht, ob man die jetzt so kennt. Ich kenne diese Leute, weil ich mich damit beschäftige, so Dave Rubin, Tim Pool. Das sind so Leute, die so ein bisschen an dieser Schnittstelle zwischen Politik und Kulturprogramm stehen, Videospiele besprechen, solche Sachen, aber wahnsinnig viele Follower eben auch haben, also wirklich Influencer sind, dass die ganz aktiv bespielt wurden, eben mit Videomaterial und dann eben auch im Prinzip indirekt Finanzmittel bekommen haben durch eine Firma, die aus Moskau sozusagen das bespielt hat. Also das weiß man jetzt schon, dass sozusagen jetzt an diesem Wahlkampf das auch probiert wurde, eben diese Narrative dann ganz gezielt eben über diese Konvergenz von Ideologie und eben auch diese Nischenprodukte, dass man das besetzt und dass das anscheinend jetzt auch die Strategie ist, die da gefahren wird aus Moskau. Die nächste Frage ist, glaube ich, auch am besten an Sie, Frau Humprecht, zur Rolle von KI. Also wie verändert KI jetzt die Desinformation bei der US-Wahl an sich und auch im Vergleich zu 2020? Also zunächst mal ist KI ja nicht nur eine Technologie, sondern ganz viele verschiedene, die zur Anwendung kommen und natürlich auf verschiedene Art und Weise in den Kampagnen genutzt werden, genauso wie in jeden anderen Bereichen, zur Arbeitserleichterung. Ich habe schon Beispiele genannt, auch generative KI, die eingesetzt wird, um Bilder zu produzieren. Texte bei Donald Trump, da hat man das häufiger mal gesehen, auch Bilder von Taylor Swift zum Beispiel wurden veröffentlicht, nur entdeckt und dergleichen. Das heißt, das spielt schon eine Rolle. Ähnlich aber wie 2016 mit der Debatte um Cambridge Analytica kann man nicht davon ausgehen, dass es sozusagen eine Technologie, eine Firma gibt, die dann das Wahlresultat erklären kann. Damals war so der Schock, Donald Trump wurde gewählt, da muss es doch eine Lösung geben oder einen Grund geben für dieses Wahlergebnis und das wurde bei Cambridge Analytica gesucht und im Moment wird häufig diskutiert, ob jetzt Deepfakes zum Beispiel wahlentscheidend sein können. Das wird nicht so sein, dass es ein, oder sehr wahrscheinlich nicht so sein, dass es sozusagen da ein Beispiel gibt, aber wie gesagt, das kommt zum Einsatz, das wird genutzt und das wird auch zunehmend mehr genutzt werden, um sozusagen Wahlbilder und Videos und auch Audiodateien zu generieren. Das wird aber auch genutzt und wahrscheinlich auch zukünftig zunehmend stärker von beispielsweise Factcheckern, um diese Inhalte zu verifizieren und zu überprüfen und auch Fake sozusagen zu identifizieren. Häufig sind die heute noch so gemacht, dass man sie auch mit dem bloßen Auge erkennt, dass man, wenn man genau hinguckt, zum Beispiel die sechs Finger an der Hand sieht, aber es gibt so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel bei der Technologie, bei der Entwicklung von Technologien, um Inhalte zu generieren und gleichzeitig auch, um die zu verifizieren. Aber jetzt ganz konkret auf diese Wahl, ist nicht zu erwarten, dass jetzt da wahlentscheidend Inhalte produziert werden, aber sie spielen eine Rolle. Ja, Herr Knüpfer noch kurz und dann habe ich noch eine Frage an deinem Buch. Genau, ich würde hier auch noch drauf, es gibt sozusagen so diese Supply-Demand-Site-Aspekte, dass man sagen kann, es gibt jetzt diese Technologien und man stellt sich jetzt vor, okay, die können jetzt irgendwie genutzt werden, aber auch da erleben wir wirklich Asymmetrien, A, wenn es um die Kampagnen geht, also bei den Demokraten und vor allem auch bei der Harris-Kampagne ist eine klare Leitlinie da, die besagt, dass man keine generative KI benutzt für sozusagen direkte Wahlkampfwerbung, sondern wenn dann nur so als Analyse-Tool für Datenaufbearbeitung oder um eine E-Mail nochmal umzuschreiben. Und das ist natürlich bei der Gegenseite überhaupt gar nicht der Fall, also gibt es diese Leitlinien gar nicht, da wird gemacht, was wirkt. Und das erleben wir natürlich da auch, dass die Kampagne ja regelmäßig, ja, irgendwie Bilder von Kamala Harris irgendwie als Kommunistin und wie auch immer rausschleudert von ganz oben. Und dann eben, also dieses Supply-Site, Demand-Site, wir wissen auch aus der Forschung jetzt schon, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedlich reagieren. also nicht nur auf Desinformationen, sondern eben auch auf Dinge, von denen sie wissen, dass sie nicht real sind. Also beispielsweise, wie reagieren Leute darauf, wenn sie ein KI-generiertes Bild sehen und dann darüber aufgeklärt werden, dass es gar nicht real ist. Da gibt es manche Leute, da gibt es dann einen Backfire-Effekt, die sagen dann, wie konnte ich denn hinter das Licht geführt wurden, etc. Bei anderen Leuten ist dann die Wirkung eher, ja, aber es ist doch trotzdem wahr. Also es fühlt sich doch trotzdem irgendwie real an, auch wenn dieses Bild von Kamala Harris jetzt vor irgendwie der kommunistischen Partei nicht echt ist, fühlt es sich real an. Und da erleben wir natürlich auch, dass diese Art von Wähler dann eben auch zu einem bestimmten politischen Lager in den USA tendiert. und das sind einfach Asymmetrien, die hier entstehen, sowohl auf der Seite, wie diese Technologien eingesetzt werden, aber eben auch, wie sie dann wirken. Da ist natürlich jetzt die Frage an Sie auch, Herr Buchheim, wie sieht es da jetzt bei der KI-Regulierung aus in puncto Desinformation, zum Beispiel bei einem Deepfake jetzt eben von Kamala Harris dann in dem, was dann als kommunistische Uniform oder was auch immer vielleicht durchgehen soll. Da kann man ja vielleicht sogar, eher von einem gewissen Vorsatz ausgehen und den auch eher nachweisen, als jetzt zum Beispiel bei anderer falschen Formation, bei der man nicht weiß, ob die Person es einfach nicht wusste. Ist das da, also ist das da anders reguliert? Kann man das besser regulieren? Also Sie haben völlig recht, man kann im Grundsatz mit vorhandenen rechtlichen Mitteln, sowas wie eben das Verbot der Verleumdung oder der üblen Nachrede, das sind beide Straftatbestände im Strafgesetzbuch, später im Deutschen und es gibt auch entsprechende Straftatbestände in den USA, kann natürlich auch eine Täuschung durch KI-generierte Deepfake-Material genauso bearbeiten und das wäre sozusagen juristisch keine große Neuerung. Man hat verschiedene Mittel zu täuschen und ein neues ist eben jetzt Deepfake-Technologie und da hätte man sicherlich auch mit dem Vorsatz kein Problem, also wer das erstmalig bewusst in die Welt setzt und das sozusagen einen eher schmälenden Charakter hat, was man da in die Welt setzt, das wäre jedenfalls prinzipiell rechtlich erfassbar, dann haben wir aber das generelle Problem der Netzkommunikation, dass sozusagen einfach die Masse nicht zu handeln ist, weshalb, was ja auch den Grund abgegeben hat, warum man stärker auf die Regulierung der Netzwerkanbieter ausweicht, weil eben einfach so viele Millionen Nutzende miteinander vernetzt sind online, dass sie mit keiner Staatsanwaltschaft der Welt und auch nicht mit, sie können so viele Prozesse gar nicht führen, wie es prinzipiell einfach ist, eine bestimmte Deepfake-Unterstellung erstmal wirksam in die, oder mit gewissen Wirksamkeitschancen in die Welt zu setzen. Also sie haben einfach da so ein Problem des Handlings dieser großen Masse. Und das ist sicherlich etwas, was Deepfakes rechtlich etwas verändert, aber prinzipiell können wir es sozusagen mit den Deepfakes, können wir mit den vorhandenen rechtlichen Mitteln ganz gut in den Griff bekommen, nur haben wir eben begrenzte Ressourcen und das gilt natürlich auch für Rechtsordnung und das Verfolgen von irgendwelchen Delikten. Und dann gibt es neue Regulierungen in der Europäischen Union, im AI-Act zu generativer KI und gewissen Kennzeichnungspflichten bei Einsatz von generativer KI und Deepfakes. Das heißt, man versucht dann zum Beispiel Hersteller von KI-Anwendungen dazu zu verpflichten, dass sie sozusagen das so gestalten, dass das Bild, das da generiert wird, automatisch markiert wird und dann natürlich das Erkennen leichter wird. Wie das wirkt, ist noch sehr unklar, weil die KI-Verordnung zwar in Kraft getreten, aber noch nicht, ihnen ist noch nicht zu befolgen, sondern das ist noch eine Frist, die abläuft, bis das dann alles greift, sodass man da jetzt noch nicht mit dieser neuen Regulierung wirklich arbeiten kann. Ja, aber danke schon mal für die ersten Ausführungen. Ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Knüpp, weil ich gerne noch loswerden würde, bevor wir zu der Abschlussfrage an Sie kommen. Und zwar, es gibt jetzt sehr viel Aufmerksamkeit auf Desinformationen. Kann denn Desinformationen auch nach hinten losgehen? Also, dass es zum Beispiel jetzt Kandidaten oder Kandidatinnen eine Stimme kostet, wenn sie ertappt werden, Falschinformationen zu verbreiten? Oder ist das mittlerweile eigentlich egal? Genau, also das ist wirklich für mich, das würde ich von den Häusern schreien von oben, das möchte ich einfach so, dass wir aufhören müssen und sozusagen die Öffentlichkeit als so eine homogene Masse vorzustellen und wirklich mehr darauf brauchen müssen, dass unterschiedliche Öffentlichkeiten sehr unterschiedlich reagieren und dementsprechend solche Aussagen qualifiziert werden müssen. Das heißt, das kann für manche politische Akteure sehr wohl, sehr zielführend sein. Und ich glaube, wir können jetzt als Europäer auf das amerikanische System gucken, da sieht man das in der Ferne relativ deutlich, mehr so denn bei sich selber wahrscheinlich. Aber da haben wir diese zwei Lager, die sehr unterschiedlich aufgestellt sind mittlerweile. Und in der Tat ist es so, dass die Demokraten, vor allem auch von Pressevertretern, von Institutionen, oftmals so behandelt werden, als müssten sie sich sozusagen an die Regeln halten. Also Kollegen nennen, sprechen da auch davon, dass die oft dargestellt werden wie sozusagen die Helden der Narrative, die Protagonisten, die dürfen sich nicht dieser Dinge bemühen und so weiter. Und dagegen hat man sozusagen diese Gegenspieler, Donald Trump, Disruptiv etc., wo nicht die gleichen Maßstäbe genutzt werden, weil man ja eh davon ausgeht, dass er macht, was er will. Das heißt, es gibt unbedingt diese Backfire-Effekte. Wenn Obama irgendwie was sagt, was faktisch nicht ganz richtig ist, dann dominiert das drei Wochen lang die Zeitung und ebenso dann mit Biden und mit Harris in der Folge und bei Trump kommt man mittlerweile ja gar nicht hinterher. Also es ist jeden Tag irgendwas anderes und das schadet eben nicht. Das ist der einzige Grund, warum wir uns immer noch mit dieser Figur überhaupt beschäftigen, weil ja offensichtlich es nicht schadet. Also sonst würden wir ja gar nicht mehr uns darüber unterhalten müssen. Das ist sicher eine Frage, die spielt auch noch in die Abschlussfrage rein. Muss einer oder eine von Ihnen pünktlich um 17 Uhr los, dann würde ich die zuerst fragen mit der Abschlussfrage. Ansonsten, gut, dann fange ich einfach mal mit Ihnen an, Frau Humbrecht. Genau, zum Abschluss des Pressbriefings noch ein bisschen die Frage, was sollten Journalistinnen und Journalisten Ihrer Meinung nach bei der Berichterstattung über das Thema Desinformation unbedingt beachten? Die Frage, die sich bei der Berichterstattung stellt, ist ja immer, ist man sozusagen dabei oder trägt man dazu bei, dass so ein Alarmismus verbreitet wird. Das sollte nicht das Ziel sein, aber trotzdem sollten die Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert werden für diese Thematik. Und das gilt genauso auch für das Fact-Checking. Und das weiß ich ja auch, dass in vielen Redaktionen das auch immer große Themen sind. Soll man jetzt einzelne Statements, Aussagen von Politikerinnen, Politiker aufgreifen und darüber berichten? Wenn ja, trägt man natürlich damit dazu bei, dass mehr Leute davon erfahren. Und wenn nicht, dann lässt man das einfach so stehen, sozusagen, ohne dem etwas entgegenzusetzen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Medien. Das heißt, sie sollten Fact-Checking betreiben und darüber berichten. Die Frage ist dann immer, wie? Da gibt es ja auch mittlerweile gute Leitlinien, also beispielsweise die Aussage selbst nicht genauso wiederholen und eher sozusagen die Mechanismen dahinter, die Motivationen und so weiter erklären. Ich denke, das ist ganz wichtig und man sollte eben diese Problematik sozusagen nicht als generelles Problem verstehen, sondern sehen, dass das eben von bestimmten Akteuren kommt. Also Teil sozusagen der politischen Kommunikation von bestimmten Akteuren ist das. Das heißt, es ist keine diffuse Bedrohung, meistens zumindest, die von irgendwo herkommt, sondern meistens eben von den betreffenden politischen Akteuren und das eben auch so verdeutlichen. Dankeschön. Dann, Herr Buchheim, an Sie die gleiche Frage gerne auch aus Ihrer juristischen Perspektive, was JournalistInnen bei der Berichterstattung zu dem Thema beachten sollten. Ja, vielleicht ist am wichtigsten von meiner Seite, dass man das Recht in seiner Fähigkeit auf Desinformation zu regieren nicht überschätzt und denkt, dass wir da jetzt eine klare rechtliche Antwort haben und dadurch, dass wir es irgendwie durch einen schönen neuen Regulierungsakt regulieren, wir das Problem irgendwie einfach aus der Welt regulieren können, sondern dass es in erster Linie eine Aufgabe ist, der JournalistInnen Desinformation aufzudecken, sich an Dinge zu halten, die eben nicht rechtlich verbindlich sind und nicht rechtlich vorgegeben, sondern eben bestimmte eigene Umgänge mit diesen Informationen und Risiken zu finden und da nicht zu stark darauf zu vertrauen, dass irgendwie das durch rechtliche staatliche Regulierungsakte irgendwie das Problem behoben werden kann. Ja, vielen Dank und Herr Knüpfer an Sie dann eben nochmal die gleiche Frage. Ja, ich glaube, wir sind zusammengekommen, weil wir uns über Desinformation unterhalten im US-Wahlkampf, aber ich glaube, ich würde auch nochmal vielleicht ein bisschen darauf hinweisen, warum wir darüber reden, dass es natürlich immer noch ein Langzeiteffekt der 2016er Wahl ist und ich würde auch da sagen, dass das Thema möglicherweise überschätzt ist, also dass die Effekte davon überschätzt sind, das möchte ich auch nochmal unterstreichen und man jetzt gucken muss, okay, was wird sozusagen das Narrativ dieser Wahl und ich glaube, dieser Fokus, der immer wieder darauf gelegt wird, so ob jetzt etwas Unwahres zirkuliert oder ob jetzt irgendjemand zu bestimmten Sachen manipuliert werden kann, das ist auch ein Ausweichmechanismus von uns allen für eine Wahrheit, die wir alle vielleicht nicht ganz so fühlen wollen und wahrhaben wollen und das ist, dass sich mittlerweile ein Großteil des politischen Establishments in den USA von der Demokratie losgesagt hat, eine der zwei großen Parteien jetzt relativ offen auf Bundesebene, aber jetzt eben auch wie gestern erlebt im Madison Square Garden faschistischen Parolen eine Plattform bietet und da lösen wir uns, glaube ich, so ein bisschen von diesem Wunschdenken, dass halt jemand gestraft wird durch die Institution, wenn man aufzeigt, dass die Fakten irgendwie nicht ganz beachtet wurden, etc. Ich glaube, das war eine Illusion und ich glaube, wir müssen uns mehr damit beschäftigen, wie sehr Desinformation und die Zirkulierung davon eben auch eine Schwäche der etablierten Institutionen abbildet, die sowas nicht mehr einfangen können und nicht mehr mit wahren Informationen sozusagen gegenhalten und überzeugen und stattdessen anfangen zu lernen, das als wirklich als systemische Krise zu lesen, dass die Gatekeeping-Mechanismen nicht mehr funktionieren, aber dass das auch auf ganz vielen unterschiedlichen anderen Ebenen der Fall ist, dass jemand, der Straftäter ist im Staat New York, Präsident werden kann, etc., das sind Dinge, die sind neu. Da haben ganz viele Gatekeeping-Mechanismen versagt in den USA und ich denke, das ist jetzt die große Geschichte, also dieses Umschwenken nicht von Unwahrheiten, sondern von wirklich antidemokratischen, illiberalen Parolen und einer Politik, der das komplett egal sein wird, welche Regularien die EU rausgibt, etc., wenn sie an die Macht kommt. Ja, dann erstmal vielen Dank für Ihre Ausführungen, die Zeit ist dann jetzt auch schon wieder vorbei, dann nochmal vielen Dank an Sie, dass Sie da waren, Frau Honbrecht, Herr Knüpfer, Herr Buchheim, vielen Dank auch an die Journalistinnen und Journalisten und genau heute so schnell wie möglich werden wir die Aufzeichnung von dem Event hier auch auf unsere Homepage online stellen, voraussichtlich morgen Nachmittag gibt es dann da auch das von uns redigierte Transkript, falls Sie die Audioaufzeichnung, die Videodatei oder heute schon das maschinell erstellt und noch nicht überarbeitete Transkript haben wollen, dann finden Sie den Link dazu in der Reminder-Mail, die Sie heute morgen bekommen haben. Ja, dann bleibt mir noch vielen Dank für Ihre Zeit, also mich dafür zu bedanken, dass Sie hier mit uns die Zeit verbracht haben, so, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wiedersehen, vielen Dank. Wir sind aus Dänemark. Wiedersehen.